Oh, Konsulat. Hatten wir heute noch gar nicht. Und damit hallo oder seits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wer ist zuhause? Niemand ist zuhause, auch nicht der Konsul. Der Konsul. Warum ist der nicht zuhause? Der suhlt sich gerade im Büro. Der muss ja da sein. Das Spiel ist gerade wieder so leise. Mach es lauter. Ne, im Menü nicht. Ich mache es auf meinem Kopfhörer lauter. Aber nicht, dass ich jetzt so laut bellen. Mie 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 mie. Ich mache es auf meinem Kopfhörer. Das Spiel ist wirklich richtig leise, ey. Mann, Ubisoft. Zeit für einen wirklichen Schatz. Das klingt auch so blechern. Ach, herrje. Was habe ich auch? Boah, das klingt richtig schlimm. Die Warte ist gesichert. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Oh, fast. Ja, fast auch. Boah, das klingt echt komisch. Oh, der Pistolenschuss in der Entferne klingt so ganz komisch. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich habe meine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Nein, hier kommt nichts hin. Die Geräusche, die verdammt weit weg sind, die klingen so nah. Komisch. Oben am Oberlicht ist jemand. Ich setze meine Begleiter ein. Holz geht bei mir auf bei B. Fenster. So, vier haben sie. Bis zur Tür kann man gucken. Bis zur Treppe. Nur noch ein Gegner übrig. Kamera bei mir, das ist irgendwo bei mir glaube ich auf jeden Fall, ist ein Handy zu hören. Ja, das ist auch bei mir irgendwo. Ja, bei mir salz ich es, es salz ich bei mir. Huha. Ich hoffe, der Sound, der kriegt sich noch ein. Das ist versaut. Das ist versaut. Ha. Oh man. Schon wieder da oben. Da wirst du jetzt Team umgebracht. Da wirst du jetzt Team umgebracht. Der Gar-Gar-Gar-Gar-Gar-Gar. Egal. So viele Kontakte anhalten. Ich mach jetzt einfach mal zuerst mal. Mal gucken. Fürs Nichtstun hast du umgebracht. Die scheinen, die haben die gleiche Waffen-Diesern. Die spielen bestimmt zusammen, diese IQ und der Gar-Gar. Bestimmt. Das muss zusammenhängen. Was ist die IQ? Ja, dieser IQ-Spieler. Also der jetzt Westmann hat, aber der IQ im Namen hat. Nein, 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 nein. Ja, ich guck jetzt die IQ. Wir haben hier kein IQ. Hä? IQ? Fünf Gegner. Aber der eine hat auch keine Ahnung. Bei mir zumindest. Der überlegt sich noch, ob er Nazi wird. Ich mein Nike-Verkäufer. Die Bomben sichern. Boah, dieser Sound, ey. Ich hoffe, das geht dann wieder ohne Neustart. Also wenn du was... Also ich hatte es ja auch schon ab und zu, aber... Das hat sich dann nach einer Partie reingekriegt. Boah, wenn jemand mit der Pistole schießt, klingt das schlimm. Ich glaub, Westmann hinten schießt man mit der Pistole. Das klingt, als würde der neben mir stehen mit der Pistole. Ganz komisch. Zehn Sekunden noch. Fünf Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Hm, schon an der Außenkamera ist kaputt. Denkt dran, Leute. Effizienz ist kluge Faulheit. Denkt dran, Leute. Effizienz ist kluge Faulheit. Hat er bei mir auch gesagt. Luca ist offen bei A. Vorsicht. Alle in Position. Alle in Position. Ja, ich weiß. Das hat hier einer von den anderen gemacht. Das kann ich gar nicht mal auf die Tür gucken. Schade. Hups. Ich lade nach. Ist schon wieder ein Gegner rausgegangen zwischendurch. Ich ziehe eine kleine Schuhe ab. Ha. Treppe runter gucken. Okay, Garagentreppe muss jemand sein. Da ist jemand gestorben. Noch jemand gestorben? Ich gucke, Garagentreppe. Wenn ich nicht hängen würde. Die haben ein Normand. Oh nein. Doch, haben sie. Termit. Oben ist schon einer an der Treppe. Wer ist verletzt? Er ist down. Wander zwei? Wo ist das? Ja, es sind beide. Okay. Alles tot. Wurde. Dann geht schon wieder ein Gegner. Was? Ich habe doch als Verletztes umgebracht. Ne, der andere war verletzt. Achso. Der lag genau in der Tür, wo du hingeschossen hast. Aber das war doch vorhin auch so. Da wurdest du gezeigt. Vor ein paar Partien. Da war der letzte verletzt. Ja, das ist Ubisoft. Achso, Ubisoft. Okay. Ubisoft macht den Sound wieder in Ordnung. Ha, ich bin ja dicht auf den Fersen. Geh weg, geh weg, geh weg. Mit Kack-Sound. Es muss eigentlich 5000 extra Punkte geben. Ach, das kriege ich immer bloß am Anfang mit. Das klingt heute besonders schlimm. Ich glaube, so schlimm hatte ich es noch nie. Meistens ist der Sound plus extrem leiser, weil das ist irgendwie so blechern. Garage auch. Ja, sehe ich gerade. Wo sind die denn hinten? Gar nicht da. Da sind alle oben die Schweine. Da kommen wir ja gar nicht hoch. Scheiße. Da ist ja gar keine Möglichkeit hochzukommen. Geh doch mal hoch. Auf den Server. Hui, hui. Auf den Einsatz. Spring. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Ganz oben. Gucken die beim Garagenfenster raus. Boah, das klingt ja cool, wenn vieles hier schießt. Boah, Ubisoft, ey. Läsion haben sie, ist der letzte. Weißt du schon? Ja, du bist oben offen. Du bist oben offen. Okay. Na, Kappschau haben sie, ist ja nicht gut. Da oben liegt er noch. Ich lade nach. Hmm. Das klingt auch interessant. Ich hab doch... Ich hab' mitbrauchende... Gläßig lässt oben rein sich. Mit ner Umhänder geh ich auch hin. Jetzt wär' ich bestimmt zum ersten Mal hier umgebracht. Fuse um. Streus-Sprengsatz aktiv. Kamera-Pot beim Automat. Der Schall ist aktiviert. Beschützt ihn um jeden Preis. Auch Granate. Einlass im Gang. Mittel. Gelb. Rennster verbleibender Gegner. Boah. Was geht denn hier alles hoch? Gegner neutralisiert. Eigner Druck erfolgreich. Nämlich war's ne schnelle Partie, dann ist der Sound hoffentlich schnell wieder gut. Kommt mir grad nicht so entscheidend welches Bild ich nun nehme. Da ist in der Mitte. Und Twitch sind ja komisch aus. Man kann sie noch erkennen, aber sehr seltsam. Aber eben nicht so abgewandelt wie manch andere Operatoren, die du dann gar nicht wieder erkennst. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss. Gibs. Oder. Bei Leonard trabajiert. Aus pá... Ir sonst wurde es komplett nicht gepackt.